Das Video ist echt krank. Wirklich sehr, sehr krank. Stimmt, gerade hast du geguckt, oder was? Ich habe gerade, ja. Ich habe keine Munition mehr, Dicker. Hallo. Hey, da bin ich meine Freunde. Was geht ab? Willkommen wieder hier auf meinem Channel. Vorab, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aus dem Grund, weil ihr dann nichts verpasst zu Warzone Pacific, zu Caldera, der neuen Map und natürlich auch zu den Waffen dazu. Ja, ihr seht ihr schon im Hintergrund, ich habe hier neuen Akustik-Schaumstoff, ganz wild. Also ist wirklich sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten ins Video rein. Also ich persönlich kann die MP40 sehr, sehr empfehlen. Auch aus dem Grund, dass sie eine minimale Schadenssteigerung bekommen hat. Also sie hat einen Increase bekommen, was den Damage angeht. Und ich kann diese Waffe auf jeden Fall nur empfehlen. Auch nach diesem Video werde ich diese Waffe spielen. Ist einfach geil, gut zu handeln. Du hast geiles Movement. Der Damage ist einigermaßen gut. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Wir gehen rein. Ich sage mal so, kein Problem, dass es auch recht ist. Aber der Name ist auch. Bei diesem Buch immer. Entschuldigung, der hat sich eine Game-Schulung mit Schattel bekommen. Hat sich das Grundschatz bekommen. Der Kollege hatte ich auch noch. Der Events. Ja. Ich glaube, der ist auch noch nicht gefährlich. Willst du was? Ja. Aber teuer. Ja. Warum? Geht doch nicht. So, wieder da. Weil, schau mal. Wie viel kostet die U2 PC, mit dem du wirklich eher zocken kannst. Mehr als Talur oder? Talur. Kannste ja auch mit dem Laptop holen. Guck mal. Das ist ein Laptop. Ja, auch über Laptop. Aber bei mir ist halt was anderes. Als bei den anderen. Wenn du Geld für den PC hast, dann auf jeden Fall PC. Warte, Alter. Doch du kein Geld für den PC hast. Oh ne, Krampflint im Gulag, Digga. Das ich nicht gern. Oh ne, ich kenne dich weg. Barm in die Fresse, Junge. Das ist ein Komiko nicht. Oh, ich brauche kurz Slangard Pause. Slangard ist grad richtig schlimm. Ich geh gleich. Wir wollten heute fahren. Ich bin so verwirrt. Bombs hab ich ihn, Junge. Let's fucking go. Let's go, Baby. Auf jeden Fall, wo ich nicht reinschauen muss. Was? Oh, ich hab was. Nein, Junge. Ich hab Wurfbästern nachgebrochen. Und hab durch das Außenfenster durchgebrochen. Ich hab die kleinste Spalte über hier. Sorry, Leipzig. Ich hab' einen Schreiber. Ich hab nicht mehr Wurfbästern, ey. Ich wollte dich wieder anfangen wie ein B.O.2. Dann ruhen. Mit dem Profil Wunsch. Ach du Scheiße, was das denn hier ist, mal am Junge Kakel durchzukämpfen. Ich dachte, ich kann hier jetzt einfach durchlaufen. Nein, mach ohne, Mucke. Thema ist wichtig. Oh, Digga, sag mal jetzt ein Thema an meiner Koelle. Ja, warum braucht es ein Thema an meiner Koelle? Find Design für Design. 5 und 5. Am Samstag dieser Upload, ihr wisst Bescheid, hier das Klassensetup zu meiner MP40, wollen wir direkt rein oder was? Also die Klasse ist genau die Klasse von Joe Wo. Also Rückstoßbooster zocke ich, lauf zocke ich den Krausnik 317 MM04, B-Lauf, Visier zocke ich auch Krausnik, also das letzte Visier einfach, schafft zocke ich das erste, den ersten schafft nicht das erste, was ist das hier für Deutsch, extra Zeug ruhig, extra 2 vollgeladen, Griff, Polymergriff, Magazin kurz 8mm 40 Schuss, also letztes Magazin, Munition, Brandmuni und Unterlauf zocke ich den Mark 6 Skelett Unterlauf. Ja, dazu zocke ich halt diese Bambatanung hier, die ist auch ganz geil, und ja, ich habe das Video euch gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da für mehr Klassen-Setups, für mehr geile Videos, ja, ich küsse doch euer Herz. Schönen Samstag noch. Bis zum nächsten Mal.